Man sieht ihn auch kaum. Er hat die gleiche Farbe. Ja, gehen Sie jetzt hinunter. Ich will es sehen. Wir versuchen es schnell. Er hält! Es ist, als ob man plötzlich am Knöchel gepackt wird. Das war zu spät. Nein, das war zu stark. Das hat das Schnitzwerk abgebrochen. Es ist eben keine richtige Schnitzerei. Es ist nur aufgeklebt. Welches war unsere Stufe? Die dritte. Ich sehe nämlich gerade, dass neben der vierten Stufe auch ein kleines Stück von der Rosette abgespielt wird. Aber ein Beweis ist das noch lange nicht. Einen Beweis wird es nie geben. Und ein Geständnis ist sehr unwahrscheinlich. Oder würden Sie es mir etwa gestehen unter vier Augen? Fünf Jahre später. Wieso ich? Ich habe damit nichts zu tun. Vorhin haben Sie sich in Harris Haut aber sehr wohl gefühlt. Allerdings sah Harry ganz anders aus als sie. So wie auf diesem Foto etwa. Jetzt habe ich noch etwas zu tun. Wieso? Vielen Dank.